So meine Freunde, weiter geht's beim Mega Man 4! ... in den letzten Stages? Danke! Oh, jetzt übertreibt's jetzt aber grad ein bisschen, ne? Schon fast die halbe Energie verloren von einem Bildschirmabschnitt. Ich bin jetzt hier halt meine Hände aus Versehen auf den... ... äh, L&R-Knöpfen, was ich jetzt bei dem Spiel gar nicht brauche... ... dass der Scheiß-Controller so heftig fett ist... ... naja gut, wenn ich halbwegs, äh... ... woher die guten Bubble-Beds... ... von der Woodman... ... wenn ich hier irgendwie, obwohl ich jetzt Energie gekriegt habe... ... halbwegs durchkomme, wird mir das schon reichen... ... wenn ein Tod beim Boss kommt, den können wir dann grade so verschmerzen... ... und ich hab mir natürlich auch, glaub ich, nicht... ... wie ich's letztes Mal gesagt habe noch... ... und wir lassen mal mit dem Leben hier... ... ach, das war so klar... ... das war so klar... ... ich lass das einfach beim nächsten Mal... ... ich werd jetzt nur mal meine, meine, meine Dings hier durchgucken... ... Null Leben, vier Energietanks... ... ja gut, okay... ... dann hab ich ja doch mal welche übergehabt... ... wahrscheinlich wollte ich mir einfach ein paar Leben holen... ... was ich da nicht getan habe... ... ey... ... dann so... ... Arschlöcher... ... dann so... ... Arschlöcher... ... so... ... also... ... schon wieder einmal gestorben... ... ich fass es nicht... ... aber das Leben bräuchten wir eigentlich... ... eigentlich... ... so... ... ich weiß nicht, ob ich diese Knappwurst so schaffe... ... aber ich könnt's... ... äh... ... ich hab ja den Energietank... ... verständlich zu nur... ... und den Energietank... ... geh nochmal in irgendein Level rein... ... also jetzt... ... kann man dann auch nicht ändern... ... ob... ... ach so, das ist jetzt gar nicht mehr da... ... ich auch nicht... ... gut... ... ah... ... da kriegen wir sie gleich wieder nach... ... so... ... was geht hier... ... oh... ... merkwürdige... ... Strahlkanonen... ... weil er mich veräppeln hier... ... na... ... und wenn ich nicht gut bin... ... bin ich mir noch besser als ihr... ... haha... ... uuuh... ... Energietank... ... dann nehmen wir mal wieder unsere... ... wo wir haben... ... das hier haben wir auch noch nicht benutzt, ne... ... äh... ... so... ... genau... ... hab da den lustigen Greifarm... ... auch mal gesehen... ... ich weiß gleich mehr... ... wofür man den später braucht... ... aber ich bin mir sicher... ... das werden wir herausfinden... ... das hier mal... ... mach mal mal... ... hab ich mir beim letzten... ... fast noch vermiest... ... ja... ... das hier... ... leck mich doch... ... wer soll denn sowas wissen... ... ach... ... hier ist nix... ... ich wette... ... dieser beschissene Stein eben... ... der hätte mich treffen können... ... bleibt er jetzt da stehen oder was... ... okay... ... jetzt mal nur schießen... ... hallo... ... ich kann da nicht drauf schießen... ... was soll denn das... ... ach okay... ... auch das ist wieder mal gut zu wissen... ... ach scheiße... ... ach... ... das ist jetzt hu-ha god... ...D roh... ... uauh... ... ach... ... dann dann halt ich mal... ... ach scheiße... ... das ist jetzt überhaupt nicht gut ne? ... ach ... Oh, Alter Schwede. Mit nem knappen hab ich's wohl. So, und für die Keule braucht man aber schneidig die Difen des Siles. Ich glaub, das war ein Hetze, die ich getötet habe. Ich weiß das selber nicht mehr. Super. Na klar. Oh, fuck. Ach, geht er gleich wieder weg, das Arschloch. Aber es fehlt nur noch einer, also das sollten wir gerade noch so packen. Gut, dann fehlen halt noch zwei. Ach. Ach. Ja, mit dieser heroischen, äh, meiner heroischen Art, äh, hab ich zwei Energietanks verbraten und ein Leben. Ähm, deswegen werde ich jetzt bevor der Kollege, äh, Dr. Wiley, äh, ne, Kusak, äh, kommt, also seine Stage, werde ich jetzt nochmal ein paar Energietanks aus den Stages holen und, ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns dann gleich wieder. Next Level.